So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Spieltags-Pressekonferenz. Heute anlässlich unseres Lernspiels gegen den KSV Bornatal am kommenden Samstag, dem 25. April 2015 um 14 Uhr hier bei uns im Homburger Waldstadion. Neben den Pressevertretern darf ich ganz herzlich begrüßen, meine Damen und Herren, Steven Gröner und zu meiner Rechten unseren Trainer Jens Kiefer. Ja, Steven, anfangs der Woche war zu hören, du hast deinen Vertrag verlängert, um zwei Jahre sogar verlängert. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte von dir, was waren die Beweggründe, was war ausschlaggebend, auch gerade, dass du zwei Jahre verlängert hast, und was sind deine Ziele hier in Homburg? Ja, gut, meine Beweggründe waren die gute Entwicklung von unserer Mannschaft. Erstmal, dass ich mich persönlich wohlfühle, hier im Verein und mit dem ganzen Umfeld und mit meinen Mitspielern, dass das alles super passt. Warum zwei Jahre? Weil ich auch einfach für mich Sicherheit brauchte. Und ich studiere noch nebenher in der Saarbrücken-Sportwissenschaft und sollte alles glatt gehen, habe ich es in zwei Jahren durch und ich dachte, das wäre eine gute Kombination aus Studium und Fußball. Dadurch bin ich gut abgesichert. Das war auch noch ein Beweggrund und meine Ziele. Gut, ich sage, die letzten Wochen bzw. Monate haben es gezeigt, wozu wir in der Lage sind und wie weit wir uns jetzt entwickelt haben. Und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende. Genaue Ziele möchte ich jetzt nicht sagen, aber natürlich noch umso weiter nach oben und wir waren noch konstanter Spielen als die Saison. Blicken wir auf das Spiel am Samstag. Die letzten Spiele, sage ich mal, waren ein paar Highlights dabei. Das Handspiel Offenbach, das Derby in Elversberg, dann Sagen-Pokal-Haltfinale. Jetzt kommt Baunertal. Da wären 17 da, Torverhältnis von minus 50, 16 Punkte. Schlechteste Auswärtsmannschaft in dieser Saison, bisher mit sechs Punkten. Wie ist jetzt die Situation vor diesem Spiel? Ist es schwer, hier jetzt einen Schalter nochmal umzulegen, um in den Alltag zurückzukommen? Und was erwartet uns grundsätzlich am Samstag für ein Spiel? Ich glaube, der Schalter schwer umzulegen ist nicht. Also ich glaube, dass wir alle fokussiert sind und wir haben intern das Ziel ausgegeben, dass wir so viele Spiele wie möglich gewinnen wollen, egal wie der Gegner heißt. Ich glaube, in der Liga sind wir jetzt seit drei Spielen, haben wir nicht mehr gewonnen, glaube ich. Soweit ich weiß, ist eine leichte Krise, kann man sagen. Ich glaube, da wollen wir als Spitzenmannschaft, wie wir uns anziehen, müssen wir gegen Baunertal gewinnen. Und ich glaube, der Sieg am Unterwoche, obwohl wir jetzt nicht so besonders gut gespielt haben, tut uns auch nochmal gut. Und dass wir da motiviert sind, egal wie der Gegner, ob das jetzt Baunertal wäre oder das wieder jetzt Offenbach wäre, ich glaube, wir sind da jetzt alle gleich fokussiert und konzentriert und wollen das Spiel gewinnen, dass wir für unser Ziel, was wir uns gesetzt haben, alle Spiele möglichst gewinnen zu wollen, dass wir das jetzt schaffen. Okay, vielen Dank, Soweit, Steven. Jens, kurzer Rückblick zum Pokalspiel. Es gab da einen kleinen Schockmoment. Nach ungefähr 30 Minuten, Nils Fischer musste mit Kreislaufproblemen vom Platz, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Was war da los und wie geht es ihm jetzt heute? Ja, er hat Infekte gehabt. Er hat gesagt, das war im Morgens schon nicht ganz so gut. Aber er wollte unbedingt spielen und im Endeffekt ist dann der Kreislauf zusammengebrochen während des Spiels. Und ja, das ist dann schon ein Schockmoment für alle, weil man zuerst auch mal die Hoffnung hat, dass es nicht so schlimm ist. Und ja, das hat sich Gott sei Dank bestätigt, dass es nicht so schlimm ist. Und ja, heute wird er nicht voll mittrainieren. Er wird locker laufen gehen. Es geht ihm soweit wieder besser. Und dann werden wir sehen, ob es für Samstag reicht. Natürlich hoffe ich, dass es reicht. Aber ja, Risiko werden wir mit Sicherheit nicht eingehen. Dann gleiche Frage an dich wie an Steven eben. Die Einschätzung zum Spiel gegen Bonnertal und Samstag. Ja, wir spielen als Tabellenfünfter zu Hause gegen Tabellen 17. Das heißt, wir sind ganz klar in der Favoritenrolle und wollen das Spiel für uns entscheiden. Wir wollen mit den drei Punkten unseren Tabellenplatz festigen. Vielleicht auch so ein bisschen an Tabellenplatz 4 rankommen. Das ist unser Ziel für das Spiel. Du hast es selbst schon gesagt. Das ist immer so, wenn du in Elversberg gespielt hast, du hast gegen Offenbach, so ein bisschen Highlight-Spiele diese Saison auch für uns. Hast du ein Pokalspiel, wo alle immer 100% Tempo gehen müssen. Dann kommt ein Kandidat, Abschießkandidat im Endeffekt, Tabellenplatz 17. Dann hoffe ich, dass wir einfach das Spiel auch so annehmen, wie es ist. Wir müssen Gas geben auf dem Feld. Wir haben diese Verpflichtung. Wir wollen Punkte holen. Es geht im Endeffekt auch um Prämien für die Spieler. Und dann hoffe ich, dass die Mannschaft das auch so annimmt. Und wie gesagt, wir unseren Tabellenplatz festigen können. Aber ich bin auch ganz optimistisch, dass wir das hinbekommen. Zur personellen Situation vielleicht noch. Nilsicher haben wir gerade gehört. Tim Stegerer ist gesperrt aufgrund der fünften Gelben Karte. Wie sieht es ansonsten Standfolge aus? Ja, Stand heute sieht es nicht ganz so gut aus. Gerade im Defensivbereich werden wir wieder ein bisschen improvisieren müssen. Also wie gesagt, Tim Stegerer ist definitiv weg mit der fünften Gelben Karte. Nils hoffe ich einfach, dass er spielen kann. Wenn er das okay gibt, wird er auch spielen. Ansonsten müssen wir ganz schön umbauen. Gerade die Defensivreihe. Warten wir mal ab, wer dann aufläuft. Vorne dran gibt es eigentlich nichts Großes, was sich verändert hat. Angelo Vaccaro hatte ich gestern leider im Training noch verletzt. Hat Probleme am Oberschenkel. Schatli werden wir sehen, ob wir ihn bis Samstag hinbekommen. Wird sehr, sehr eng. Auch da werden wir kein Risiko eingehen in der jetzigen Situation. Und Clement, Emil werden garantiert nicht zurückkommen bis Samstag. Da gibt es null Chancen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Also dementsprechend wird es sehr, sehr eng werden. Aber so ist eben die Situation. Und wir werden sie annehmen. Und wir werden sie auch ohne zu jammern annehmen. Und versuchen auch an der Konstellation das Spiel zu gewinnen. Haben Sie Fragen an die beiden? Wie sieht es denn mit Steinmetz aus? Ja, war ja schon mal angekündigt. Wird der am Samstag sein Debüt geben? Kann sein, dass er das Debüt gibt. Das Problem ist halt nur, dass die Positionen, die er spielt, nicht ausfallen. Es sind eher Defensivpositionen. Aber müssen wir schauen. Wie gesagt, wir müssen einen von vorne nach hinten schieben. Einen Offensiv ein bisschen umfunktionieren. Dass er in der Kette spielen kann. Und dann müssen wir gucken, welcher Platz frei wird. Dann kann es auch sein, dass er beginnt am Samstag. Aber das sind Dinge, die werden sich garantiert erst relativ kurzfristig entscheiden. Und das müssen wir halt dann sehen. Ist Steinmetz eigentlich vom Spieler her jemand, der auch für die Außenbahn in Frage kommt? Oder eher der zentrale Stürmer? Nein, er hat früher auch schon Außenbahn gespielt. Er hat ja Außenbahn schon gespielt. Aber wenn du ihn auf die Außenbahn stellst, dann musst du auch dementsprechend ausgerichtet sein, dass er das kann. Aber eigentlich ist er so ein Zehner hängende Spitze hier. Er hat diese Position öfter ausgefüllt oder auch schon Achterposition sowas gespielt. Er ist da sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Aber um diese Position zu spielen, muss er eigentlich auch 100% fit sein. Und da ist er einfach noch nicht bei 100%. Deswegen, wenn er spielt, wird er eher irgendwo im vorderen Bereich eingesetzt werden. Frage an Steven. Du hast das vorhin, wie hast du dich ausgedrückt, konkrete Ziele möchtest du keine nennen für nächste Saison? Euer erster Vorsitzender hat am Montag, wie hat er sich ausgedrückt, wenn wir diese... Wir sind Fünfter, da können wir ja nicht sagen, dass wir nächste Saison Teilzehnter werden wollen. Ja, über den Fünften kommen natürlich nicht mehr viele. Vielleicht werdet ihr sogar noch Vierter. Fragen wir mal so rum. Wenn ihr den Kern der Mannschaft zusammenhaltet, und so sieht es ja aus, könnte dann vielleicht auch so das in Richtung Offenbach gehen, die ja in dieser Saison genau auf diese Art und Weise sich sehr stark präsentiert haben? Ja, ich denke schon. Also ich glaube, gut, ganz genau mit Offenbach können wir uns nicht vergleichen. Aber wenn wir viele vom Kern halten und uns Punkte noch verstärken, denke ich schon, dass einiges möglich ist. Wir können jetzt, glaube ich, nicht hier sitzen und sagen, wir wollen aufsteigen. Oder wir müssen aufsteigen, weil da würden wir uns zu viel Druck machen. Aber ich glaube, jeder hat den Anspruch an sich selber, wenn man Fünfter oder Vierter wird, dass man demnächst im Folgejahr mehr erreichen will. Und folglich bleiben ja dann nicht mehr viele Plätze. Ich glaube, wenn man Dritter wird, will man nicht Dritter werden. Von daher, ja, wollen wir das angehen. Aber wie das dann genau aussieht, ist auch ein bisschen Zeit hin. Und ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen abwarten, wie das dann läuft mit dem Verlänger, wie mehr dazu kommt. Ich glaube, als Sportler hat man immer das Ziel, erfolgreich zu sein. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt nicht aufsteigen will oder Erster oder Zweiter werden will. Ist das eigentlich noch die Frage mit der Verlängerung? Es war ja eigentlich, der Trainer hat ja schon frühzeitig gesagt, dass er einen gewissen Kern von der Mannschaft gerne halte. Ist das dann auch ein Gespräch zwischen euch Spielern, dass man auch einfach mal so ein bisschen schon abcheckt, wer bleibt, wer geht vielleicht? Dass man auch da schon so ein bisschen voraussieht, wie sieht die Mannschaft aus nächster Saison? Ich glaube jetzt nicht, dass einer das Abhängig-Tank von macht. Wenn jetzt einer sagt, der verlängert, dann verlängere ich auch. Also ich glaube nicht, dass sich einer darüber Gedanken macht. Natürlich tauscht man sich aus, vor allem jetzt in der heißen Phase, es ist Ende April. Aber wie gesagt, ich glaube, dann entscheidet jeder für sich selber, ob er sich wohlfühlt, wie er was er vorhat. Und im Endeffekt muss man die Entscheidung selber treffen. Aber klar, untereinander spricht man drüber. Aber abhängig davon mache ich das jetzt nicht, wer jetzt verlängert und wer nicht oder so.